Moin Leute! Herzlich Willkommen auf Dennis Strauss, Tops und Panini. Herzlich Willkommen zu einem 5 Booster Unboxing. Heute heißt es nicht auf der Suche nach Rare, sondern wie ihr es auf meinem Kanal schon kennt. Klassisches 5 Booster Unboxing, habe ich schon öfters gemacht, denke ich mal. Wir haben heute 5 Booster, FIFA 365, Klassisches 5 Booster Unboxing. Wir schauen uns mal die Odds an, die Stats, Odds, wie man es nennt. Ja, wir wollen natürlich wieder eine Rare ziehen oder Multiple oder Gold oder, ja Fans ist halt hier ein Päckchen. Ich würde sagen, wir haben heute einmal das Booster Design mit Lewandowski, Herrera und Messi und einmal das Booster Design mit Modric Reus und Ikiali. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir erreichen den ersten Booster auf. Auf beginnen. Oder schlagen uns durch die Karten, wie gesagt, schlagen uns durch die Karten. Wir öffnen heute 5 Booster. Ihr kennt das, was? Aber wir brauchen einen Unboxing. Und dann sollte man das auch mit einem Spiel gehört. Wir brauchen noch mal mehr ein paar Karten. Das heißt, wir werden die Karten jetzt hierin, die ich habe. Wie das ist, dass wir uns zum Spiel gehört. Wir haben die Karten, die wir haben schon hierhin. Nichts, die wir sind da. Die partie Karten ist da. Die Karten kommt jetzt hier hin. Der Karten kommt hier. Jetzt ist das weiße Päckchen. Nixer Booster. Übrigens Leute, wie findet ihr? Mein neues Intro! Und gleich mal eine doppelte. Gleich mal eine richtig fette Karte. Aber die Karte habe ich schon. Aber eine Rare Impact. Rare Impact, Rare Impact, Rare Impact. Rare Impact. Porto-Logo. Costa, Pembolo, Kera, Bale und Antoine Griezmann. Rare war. Rare war. Rare im Pack Leute, Rare im Pack. Ich krieg mal 1 Sleeve. Rare im Pack, kann ich gerne 1.000 verkaufen je nachdem. Rare von Antoine Griezmann im Pack. Die habe ich leider schon. Aber egal. wir haben noch ein paar 3 65 2019 und Und dummer Joy Vida, World Cup, wow, noch zwei Päckchen. Ein kleines Unboxing ist das einfach, ich hätte es mir lieber auf die Suche nach Rare nennen sollen. Aber auf die Suche nach Rare habe ich schon vorproduziert. Das Video kommt wahrscheinlich, was ich jetzt am Samstag aufnehme, am Montag. Und wir machen weiter mit Korko, Rakitic, Dybala, Rosesar, Magut, Germanstar, Kyle Walker, World Cup, Hero. Das letzte Päckchen, was wir am Start haben, ist dein letztes Pack. Und das letzte Pack beinhaltet nochmal sehr starke Powerkarten. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Frau Dachin. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.